hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer relativ müden folge resident evil 3 ich habe gestern die streams noch verarbeitet und das downloaden und bearbeiten neu rendern und hochladen dauert alles halt ein bisschen und ich habe es direkt nach dem stream um 9 noch angefangen und dachte mir immer so na komm jetzt die download zeit oder beziehungsweise die upload zeit warte ich jetzt auch noch ab jetzt rendere ich gleich das zweite video jetzt mache ich gleich noch die dumpnails bla 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 und das war einfach verbunden immer mit ganz viel warten und plötzlich was irgendwie fünf uhr morgens und ich dachte mir so und ich hatte irgendwie um neun schon wieder einen wichtigen termin das heißt ihr könnt euch vorstellen dass ich nicht unbedingt super viel geschlafen habe aber das ist auch gar nicht schlimm schlafen kann man wenn man tot ist oder sehr müde ich sollte echt schlafen aber wir spielen jetzt resident evil 3 weiter wir sind jetzt endlich im uhrenturm angekommen das ist das war einer der größten kritikpunkte an resident evil 3 dass der uhrenturm im grunde vollkommen gestrichen wurde ich kenne den uhrenturm natürlich aber jetzt spiele ich den auch mal ganz bewusst und ganz neu und selbst und das ist auch noch mal was anderes wenn man die erfahrungen selbst macht das finde ich ganz gut auf jeden fall zombies die sind teilweise so schnell es ist krass aber das jetzt hier die fenster im erdgeschoss offen stehen würde mich schon ein bisschen in real life nervös machen gerade nacht kennt ihr das wenn man von von innen quasi ins dunkle hinaus guckt ach wir haben einen schlüssel benutzt na dann finde ich immer mega gruselig gerade wenn man in einem gebäude ist und aus dem gebäude aus einer offenen tür raus guckt finde ich gruselig finde aber glaube ich viele ist so ein horror film die mal ich bin nicht sicher wie wir gehen aus dieser stelle was 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 es 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 hat keine Art, dass wir uns wieder zurückkehren können. Wir glauben, dass wir das große Plan der Evacuation haben? Es ist nur ein Stück von Papern. Aber wir haben keine andere Wahl, als zu glauben, sie jetzt. Nein, wenn wir sterben, dann müssen wir wählen, wenn es passiert. Also, das ist es dann, oder? Du verbringst dich? Nein. Ich kann es nur... Ich kann es nicht machen. Ich glaube, die muss ihre Kraft sehr gut regulieren. Na, wenn Chill in Resident Evil 5 in dem Vulkan dabei gewesen wäre, die hätte den Felsen halt einfach mit einem Slap zertrümmert in Staub. In Feinstaub. Ich glaube, deswegen hat Chris nach Resident Evil 1 angefangen, so krass zu trainieren und ist so super muskulös geworden, weil er einfach versucht hat, an die Kampfkraft von seiner Ex-Partnerin Chill ranzukommen. Aber er hat es nie geschafft. Chris ist quasi Chills Vegeta. Eines Tages werde ich sie übertreffen. Aber er hat es nie geschafft, sind wir ehrlich. Chris hat es nie geschafft. Chris hat sein ganzes Leben reingesteckt, ein Bruchteil ihrer Kraft zu kopieren. Immerhin kann er laut Law besser schießen als sie. Das ist auch was wert. Er hält etwas in seiner Hand. Operation Instruction. Also die Befehle im Grunde. Befehle für die UBCS Echo Team. Lösche die Downtown Area, also den Downtown Bereich von allen Infizierten aus. Und evakuiere die übrig gebliebenen Zivilisten in den Uhrenturm. Unter den Zivilisten sollten Umbrella Angestellte priorisiert werden. Denken Sie daran, dass Sie immer in Bereitschaft bleiben sollten. Denn die Infizierten sind super gefährlich und böse. Basically. Das Evakuierungsprozedere läuft wie folgt ab. Erstens. Wenn die Mission erfüllt ist oder wenn es unmöglich wird sie zu erfüllen, evakuieren Sie umgehend. Zweitens. Wir werden einen Helikopter losschicken, der in den Suburbs, also den Außenbezirken, auf Sie warten wird. Auf dem Gelände vor dem Glockenturm. Drittens. Wenn Sie bereit für die Evakuierung sind, läuten Sie die Glocke des Glockenturms. So signalisieren Sie den Helikopter. Interessant, interessant. A mercenary's corpse. He might have died fighting. Aber er hat gar keine Waffe, oder? Er hatte ein bisschen Schrubfländen-Munition. Warum ist überall blaues Gift eigentlich? Äh, Anti-Gift. Blaues Kraut. Überall. Im ganzen Spiel. Und ich wurde... Ich habe noch nie... Also keine Ahnung. Ich muss echt mal in einem Wiki gucken. Jetzt habe ich weder Handy noch Tablet da. Sonst hätte ich mal schnell live geguckt. Mich würde echt interessieren, ob die Brainsucker und oder die Drain-Dymos giftig sind. Weil ansonsten weiß ich wirklich nicht, was das Spiel will. Äh, wir haben die Karte gefunden für den Glock-Tower. Das ist doch schön. Die Musik hier ist schon super bedrohlich, oder? Meine Güte. Das ist mal ein spooky Soundtrack. Der ist auch auf eine andere Art und weiß es spooky. Eine alte Musikbox, eine alte Musikbox. Die Melodie ist aber irgendwie seltsam. Da steht was an der Klappe. Dü, 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 Dü. Das ist zumindest meine Interpretation von den Text. Da war jemand wirklich gut drauf, sagen wir mal. Vielleicht mit Unterstützung von gewissen Grünkräutern. Als er die Musikbox gebaut hat und hat eben die Musik zusammen gezimmert. Und hat dabei so Dü, Dü, Dü. Ich kann gar keine Noten schreiben ey, voll Scheiße ey. Aber weißt du, ich schreibe einfach auf, was ich fühle und die Leute werden es verstehen. So ungefähr, glaube ich, ist das zustande gekommen. D-U-D-D-U-D steht da. Es ist schon lustig. Ich finde wirklich das Gefälle zwischen Chris und Chill ist so krass irgendwie. Gerade in den älteren Teilen, wie es dargestellt wird. Chris ist halt wirklich so, äh, ein Rätsel. Ich hole mal lieber Rebecca. Und Chill ist so, Klavier spielen, easy. Schlösser knacken, Logo. Hier den Tyrant in die Luft sprengen. Jep, mache ich. Barrys Plot durchschauen. Kein Problem. Nemesis einfach so aus, aus dem Fenster schubsen. Why not? Nanu, eine zweite Spieluhr. Das klingt schon besser, ne? Es scheint eine alte Musikbox zu sein. Da steht was auf der Klappe. U-D-U-D-U-D-U-D-U-D und wir haben U-D-U-U-D-U. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Du-D-U-D-U-D-U-D. Naja, okay. Gut, schauen wir mal weiter. Du-D-Du-D-Du-D-Du-D-Du-D-Du-D-Du-D-Du-D-Du-D-Du. Daran muss ich gerade denken. Kennt ihr das Intro-Lied? Von was ist das, das Intro-Lied? Ich glaube von Duck oder so. Kleine Ekelspinnen. Ich würde die gerne alle zertreten. Ich habe jetzt auch mein Messer nicht dabei. Aber ich glaube, das Beste ist, die einfach zu ignorieren. Wir schauen uns zu gut, es geht um. Nichts auffälliges, Chill. Willst du mich verarschen? Ich habe das Foto hier schon gesehen. ein altes, äh, alte Postkarte, Kunstpostkarte. Finde ich schön, dass wieder Postkarte draufsteht, ne? Ein Bild einer Postkarte von antiken Uhren. Der folgende Vers ist darauf gedrückt. Postkarte. Ach so, nee. Give your soul to the goddess. Put your hands together to pray before her. Also, ähm, gib deine Seele der Göttin, falte deine Hände, um zu ihr zu beten oder vor ihr zu beten. Ja, super. Und dann wären wir währenddessen von einer Spinne angesprungen. Ich find's nicht nett. Liegt da noch was Interessantes? Ich glaub, eher nicht, oder? Jetzt geht weg, ey. Die sind ja mal nervig. Zum Glück machen diese Kleinstgegner in Resident Evil in der Riegel. In der Riegel. In der Riegel. Ich kann nicht mehr Riegel, Riegel, ähm, äh, kaum schaden und können wirklich auch ignoriert werden. Aber nervig sind sie trotzdem immer. Das hier wirklich gar nix ist zu durchsuchen. Ha. Wundert mich. Naja. Ich pack mal die Granaden in die Box. Wir haben ein bisschen Schießpulver, aber da sammle ich, glaub ich, noch ein bisschen. Nö, nö, passt schon. Wir sind gut aufgestellt, hab ich das Gefühl. Ich glaub, wir brauchen nicht unbedingt jetzt, ähm, andere Waffen. Ähm, also keine Ahnung, also jetzt wartet gleich irgendwie der absolut Überraschungsboss auf mich. Ich glaub, der Wurm kommt erst und ansonsten kann halt Nemesis wieder kommen. Den schaffen wir auch mit der Frohplinte. Oh-oh. Noch ein Schlüssel. Als hätten wir nicht schon genug Schlüssel für den Uhrenturm gefunden, oder? Können wir die beiden kombinieren? Das sind so weirde Schlüssel. Ne, die kann man nicht kombinieren. Die sahen kombinierbar aus, finde ich. Ich hab's tief in meinem Herzen gespürt, aber mein Herz hat mich wieder mal belogen. Es ist, sie ist, ähm, kaputt und geht nicht auf, die Tür. Big West Hotel Restoration. Ha. Jetzt wär ein Feuerwehrschlauch gut, ne? Ah, warte mal. Nee, kann nicht sein. Nee, nee, unsere... Oder ist das unsere Trambahn, die da reingekracht ist? Bin mir nicht sicher. Da sah in der Cutscene irgendwie... Ist die in das Gebäude geknallt? Ich dachte, die ist irgendwo im Garten einfach gelandet. Keine Ahnung. Kann mich nicht mehr so genau erinnern. Oh-oh. Hm. Was hindert mich dran, jetzt einfach zu gehen? Meines Wissens nach muss ich nie wieder hierher kommen. Aber ich bring die jetzt mal um, weil vielleicht ist das irgendwie wichtig. Nicht, dass die irgendwas droppen oder so. Aber finde ich gerade komisch. Hatte das irgendeinen Sinn? Nicht so wirklich, oder? Ha. Seltsam, seltsam, seltsam. Naja. Okay. Tschö. Mit Ö. Wirklich komisch. Warum kommen da Zombies? Warum sollten mich die eigentlich interessieren, ne? Ich kann ja einfach gehen. Finde ich komisch. Ich dachte, das wäre jetzt ein Hinweis des Spiels, von wegen... Oh, guck noch mal hier. Ne? Die kommen nicht umsonst hier raus, die Zombies, bla bla. Aber nö. Stimmt gar nicht. Ich wurde wieder mal hinters Licht geführt. Gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch, würde ich sagen. Was das mit dem Musikrätsel ist, mit dem Musikschatullen, verstehe ich gerade auch noch nicht. Mit Udu und Dudu. Ah, ihr schon wieder. Ich habe euch ganz verdrängt. Ist hier nicht irgendwo... Soll hier nicht noch eine andere Tür sein? Ach, die da. Ja, genau. Aber die ist verschlossen, ne? Was brauchen wir da? Der Gott der Zeit ist hier eingraviert. Sehr theatralisch, dieser Uhrenturm. Also Raccoon City ist schon, glaube ich, eine anstrengende Stadt, wenn man da lebt, ne? Ich glaube, jeder, der da gelebt hat, redet auch mit so einem ganz theatralischen, britischen Ektar-Akzent. Du möchtest den Gott der Zeit. Das heißt quasi, hey, wie spät ist es denn? Ich glaube, so wurde kommuniziert auch in der Stadt einfach. Du antwortest mir, die Frage 1. Der Gott der Zeit. Was ist sein Willen? Na ja. Willst du den Switch pushen? Ich glaube so. Ja. Auf. Kamera, Licht an. Kamera, Action. Irgendwas funktioniert nicht. Ah. Ein Schlüsselloch mit einem Ornament, einer Kupferplatte. Dem Bild kaufe ich es eher ab, dass es Kupfer ist, im Vergleich zu der grauen Statue, die im Freien drum steht. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, die Leute, die dieses Spiel gemacht haben, wissen nicht, was Kupfer ist. Will you use the Glock-T-Key? Natürlich nehmen wir den Glock-T-Key. Warum denn nicht? You no longer need this key. Na dann weg damit. Was haben wir da hinten noch Schönes? Ein paar rote Kräuter. Ah, dann wäre mein Inventar voll, wenn ich die jetzt mitnehme. Das ist immer ein bisschen schade, aber ich nehme mal eins davon mit. Ich will ja auch nichts verschwenden, das andere lassen wir mal stehen. Okay, ich schätze, dann klettern wir mal die Leiter hoch. Ah, Schreibmaschine. Wenn hier auch eine Kiste ist, das wäre ganz lieb. Hey, guck mal. Liebesspiel. Cool. Dann packen wir mal das rote Kraut in die Kiste. Das hier packe ich. Ich weiß nicht, ob ich das Buch jemals wieder brauche. Ich habe das mal wieder mitgenommen, vorsichtshalber. Es gibt ja zumindest in Code Veronica auch so ein paar optionale Rätsel. So ein paar optionale Sachen muss man nicht machen. Ist aber gut, wenn man es macht. Wie den leeren Feuerlöscher von Rockford Island mitnehmen. Muss man nicht, aber später freut man sich, wenn man es getan hat. Ja. Das muss man halt immer wissen oder sich ärgern oder Glück haben. Ich schätze mal, das Zahnrad kann ich hier gleich einsetzen, oder? Das ist ja auch lustig. Manchmal macht Resident Evil das und ehrlich gesagt mag ich es. Manchmal findet man die Lösung einfach direkt, direkt am Ort des Rätsels und muss nicht immer durch die halbe Weltgeschichte laufen. Das ist wahrscheinlich an Code Veronica mein einziger Kritikpunkt, den ich habe. Ich finde Code Veronica wirklich ganz großartig. Ich denke so, die Nostalgiebrille mal abgenommen, vielleicht das beste Resident Evil von den klassischen. Denke ich schon, würde ich sagen. Aber es ist ein bisschen viel Backtracking. Gerade am Anfang. Da hat man die Military Facility und man hat das das Anwesen von den Ashfords und man hat das andere Gebäude noch mit der Kneipe und man hat das Gefängnis und alles mögliche und man muss ständig und das U-Boot noch die Untergrund, Hangar, Basis und man muss ständig zwischen den Orten hin und her. Dann findet man da wieder was, dann kann man da wieder was öffnen und findet wieder was für den anderen Ort. Ein bisschen viel. Eine Musikbox. A There are switches marked A to F also Noten. Operate the switch. Okay. Move it up or down. Hä? Verstehe ich nicht. Ah! Uh! Uh didi Udo! 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 Dudu! Das klingt jetzt wie die Udo-Musik. Aber wie war ihr denn jetzt genau? Ah ja, wie war denn jetzt genau? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Wie war denn Udo? Gleich nochmal. Uh! Didi Udo! ich glaube, es war Up Hä? Next Down Aber warte mal, eigentlich sieht das ganz gut aus. Up Down Down Up Down Down Nee, ich glaube, ich glaube, das war es nicht. Okay, wir können es glaube ich auch so rausfinden. Okay, warte, A ist schon mal gut. Jetzt machen wir mal B Down. Down Nee. Okay, das kann man glaube ich relativ leicht durch Hören lösen, das Rätsel, oder? Dann gucken wir mal. Wie hört sich's Down an? Ziemlich scheiße. Wie hört sich's Up an? Perfekt. Next. Wie hört sich's Up an? Perfekt. Next. Wie hört sich's an? Down. Okay, ich glaube, wir haben's. End. Ja, nu? Keine Ahnung. Weißt du was, dann drehen wir jetzt mal, machen wir jetzt mal das verkehrt herum Land. Dann mache ich jetzt mal A Down und B machen wir Up und C. Höh? Nee. Die Bedienung ist auch ein bisschen umständlich, aber so war das früher halt, ne? Da hat man, da ist ein bisschen unintuitiv alles, aber das passt schon. Machen wir hier Down. Machen wir hier auch Down und machen hier beim nächsten Warte mal, bei I sind wir jetzt macht wir Up und jetzt machen wir beim nächsten nochmal Down und jetzt haben wir die Musik ganz hässlich. Ja. Das war nice. Hätte ich vorher vielleicht einfach nur irgendwie Play drücken müssen und dann hätten wir es gelöst. Ich trottel. Ah nein, jetzt müssen wir es alles nochmal anhören und anschauen. Ich möchte das bitte nicht. Ich möchte das bitte überspringen. Komm, ich wollte das Rätsel noch schnell machen und dann die Folge beenden. Was haben wir jetzt? Up Jaha, ich weiß. Down Next Up Next Up Next Down Und noch ein letztes Mal Next Up Und jetzt drücke ich auf Play. Das war wahrscheinlich das Problem. Nur wenn man auf dem Switch F ist, kann man Play drücken. Und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal richtig an und gucken mal, ob uns das Spiel dann ein Snack hinwirft. Eine Belohnung. The Good Boy Und schon wieder ein Schlüssel. Als ob es in diesem Uhrenturm nicht genug Schlüssel schon gegeben hätte für uns. Den Kronos. Die Kronos-Kette. Das klingt sehr bedeutend. Sam. Na schönchen, Popönchen, Leute. Machen wir für heute Schluss. Ich speicher. Und lieber auch mal vorsichtshalber auf einem anderen Slot. Und dann machen wir morgen weiter. Schauen wir mal. Setzen wir das Zahnrad ein und gucken mal, was passiert. Danke fürs Dosehen. Bis zum nächsten Mal. Tschöö